So, es geht weiter mit Halo Combat Evolved. Letztes Mal bin ich hier ein paar Mal besiegt worden. Und... Vielleicht klappt es ja diesmal ein bisschen besser. Sehr gut. Verstärkung. Habe ich das mal ein bisschen früher gewusst? Na, ich hätte besser das Radar in Auge behalten sollen. Aber allein ist das schon ein bisschen nervig. Sieht den irgendjemand? Die lernt's nie. Was zum... Ich bin dabei. Ich hab sie. Tschüss. Echo 419 an Cortana, bitte kommen. Wir hören die Echo 419. Wir haben Überlebende, die sofort ausgeflogen werden müssen. Roger, Cortana, bin unterwegs. Ich hab noch weitere Rettungskapseln in ihrem Gebiet entdeckt. Eines in der Nähe eines Geröllfelds. Und noch einer am Rand der Klippe. Schwer von hier oben was zu erkennen, aber ich glaube, da sind noch mehr Überlebende. Verstanden. Wir sind auf dem Weg. Okay, dann folge ich euch mal. Ich gebe euch ein bisschen Feuerschutz. Achso, es ist... Es ist kein Feindschiff, sondern... ...ein Freundschiff. Gut. Dann macht's mal gut. Dann macht's mal gut. So. Jetzt können wir da hinten, denke ich mal, auch hin. Jetzt wird es auch schön detailreich mit dem Gras und so weiter. Sieht ganz cool aus, das haben sie ein bisschen hervorgehoben im Vergleich zum Original. Ist hier ein Schädel in der Wasserfall? Hm, nö. Ich muss bestimmt die oben besiegen, ja. Äh, Feintruppen. Jetzt mal die mit dem Scheißschild weg. Wir müssen die anderen beiden Kapseln filmen. So, irgendwo ich hin muss, war das Zeichen gerade. Da hinten. Okay, einen Kontrollpunkt habe ich schon mal, sehr schön. Okay, da oben. Überlebende entdeckt. Zwischen den Felsen dort sind Marines versteckt. Okay. Ich höre auch schon die Feuergefichte. Die Marines scheinen Probleme zu haben. Mhm. 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 Ich höre auch schon mit der Allianz. Okay. Woher jetzt genau? Aber wenn er vielleicht das da unten... Aufwachen, Mann! Wow, da ist er! Mir scheint beeindruckt vom Master Chief zu sein. Was zum... Das ist die Rettungskapsel. Und etwas mehr Heilung. Wenn ich mal so einen Kontrollpunkt gebe oder sowas. Ähm... Naftpunkt. Wenn ich auch genau weiß, wo ich hin muss. Da hinten sind Feinde. Ach, das war... Nicht ganz so geplant. Muss mal zurückziehen und schauen, dass er... dass ich sie herlocken kann. Von hier wären taktisch günstige Positionen eigentlich. Wir kommen noch mehr! Okay. Was sind das für komische Viecher? Was sind das für komische Viecher? Ich hasse Schildtypen. Ich hasse Schildtypen. Okay, da vorne kommen noch mehr. Okay, da vorne kommen noch mehr. Oh! 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 ein kleines problem wo ist das problem ach scheiße das sind die sind das also okay Oh, come on. Oh, come on. Okay, wir müssen im Team arbeiten. Aufpassen. Hilfe. Oh, come on. 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 Die Elite können ganz schön nervig sein. Oh, come on. Okay. Okay. So weit, so gut. Okay, so weit keine roten Punkte mehr zu sehen. Oh, meine Emotionen ist schon wieder ziemlich im Keller. Ach. Ich denke ich gerade die. Okay. Wir sollten sicherstellen, dass dieses Gebiet frei von Nachzüglern der Allianz ist. Ich denke ich gerade die Waffe wechseln, aber vielleicht finde ich ja noch eine bessere irgendwo. Oh. Oh. Ach. Ach. Okay. Das ist also der Scharfschützenmodus. Okay. Vielleicht schaffe ich es dann mit dem Snipergewehr ein bisschen besser als mit dem Sturmgewehr. Ich denke ich nicht. Ich denke ich nicht. Verstanden, Fohammer. Wir freuen uns schon auf Sie. Kommen Sie, sobald Sie bereit sind. Wir werden die letzte Kapsel suchen, Echo 419. Viel Glück. Okay. Da gehen die nächsten Leute davon. Dann mal schauen. Wo es als nächstes hingeht. Immer der Kontrollpunkt wird es mir gleich verraten. Wenn ich den Wagen mitnehmen soll, dann ging es ein bisschen schneller. Ah, okay. Verstehe. Ich verstehe. Okay, aber wohin jetzt? Vielleicht hier lang. Oh, Mann. Das ist schlecht. Okay, die Allianz sind quasi die Bösen, nehme ich an. Das ist mein Wagen gewesen. Okay, es gab noch so einen Weg hier. Weiter drüben. Oh, wir werden schon erwartet. So. Das gab ja. Hinten. Noch ein Fahrt. Ruhig halten! Oh oh! Und nächstes Mal zeigen wir es Ihnen richtig! Ach, das war aussteigen. Okay. Starfeuer! Ach! Ich denke mal, dass da irgendwie... ...anvisieren ist, aber... ...das ist eben nicht... ...zack! Und weg bist du! Oh oh! Oh oh oh! Oh oh oh! Ich soll heute die Mantec umgehen? Bevor wir gehen, sollten wir diese Komplexe durchsuchen. Sauberer Schuss. Es gibt immer noch Feinde in der Gegend. Zack. Ein, zwei Stück sind noch... Ah, okay, da oben. Ah, Sekunde zu spät. Okay, da steht noch... Gut, aber ich würde sagen, das war's für diesen Part von Halo Combat Evolved. Bis zum nächsten Mal und...